Oh, meinen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. So, weiter! Ich wusste es. Ja, nicht den Lights Out Modus, wie ihr seht. Es ist hell. Geh weg. Oh, da ist er. Weil, wie gesagt, als Survivor ist es mit der Lights Out Modus einfach zu doof. Ist wirklich so. Wo liegt sie denn? Ich sehe nichts, weil ich am Generator bin. So, ich brauche Pähigkeitschecks. Dies, dies, dies. Okay, nicht dies, dies, dies. Dies wieder zurück. Und mach den Gen weiter. Wir haben nämlich nicht einen Gen. So, genau. Der Lights Out Modus ist mir als Survivor nichts. Gar nichts. Wer kommt? Wer kommt hierher? Seid ihr denn bescheuert? Müsst ihr den denn auch noch mitbringen? Hi. War ja klar. Da oben habe ich keine Chance. Mein Medikid. Jetzt. Gut, dann probiere ich es mal so an den Würfel zu kommen, irgendwie. Ich fliege sowieso klein. Ich fliege sowieso klein. Ich fliege. So, ich muss mal kurz. Nicht einen Gen haben wir. Nicht einen. Und er kommt her. Ich bin weg. Er kommt hierher. Halt los hinter mir. Ich merke das nicht. Du Arsch. Oh nein. Diese dämlichen Scheissketten. Fuckketten. 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 Entschuldigung. Ich muss mal hier durch. Entschuldigung. Also der kann gut damit umgehen. Nein. Lass mich in Ruhe. Das war richtig durch. Entschuldige bitte. Das war richtig durch. Spielzeug. Warum? Warum steigt das Ding nicht? Hinten? Dort hinten? Die heilen sich? Okay. Alles klar. Ja. Mach es noch. Haut rein. Ja. Ich bin immer noch hier. Oh nein. Ich muss den Ruhe machen. Weg hier. Wo ist der Ruhe? Okay. Okay. Die ist schon tot. Alles klar. Ich sehe den Würfel nicht. Alles klar. Okay. Das war eine nette Runde. Scheiße. Hier wird gejagt. Da kann ich dich versuchen aufzuheben. Vielleicht schaffe ich es. Ich bin bloß. Oh nein. Da ist er denn. Leck mich am Arsch. Ich opfere mich. Versuch du Meck runterzuholen. Ich weiß nicht, ob sie ist wohl schon. Das tut. Machen wir jetzt einen aufs Lacken? Was macht die Meck denn jetzt? Euer Ernst? Was macht die Meck? Lass mich jetzt laufen. Aber was ist das denn? Ne, egal, sowieso war das zu spät. Ich hab keine Lust irgendwas nochmal zu machen. Ich weiß nicht, ob das mein Töten ist oder nicht. Oh, und dann! Oh, meinst. Ja, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen artisch. Ja, aber ganz ehrlich, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Wurde kurz angejagt? Ah! Alles klar. Er hat seinen eigenen Ding gefunden. Ich kann bloß klücken jetzt. Oder auch nicht. Oh! 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 doch hin ja häng mich auf ja was bringt jetzt groß weg zu rennen waren aktiv ich hätte er sich zu mir teleportiert das ist das auch schwachsinn dadurch dass die ketten aktiv waren konnte er mich sehen ich hätte ja auch nur an ein von dem weiten ausgehen sein können heute erst definitiv gesehen also von daher ich habe meine tagesaufgabe fertig ich habe nur ein skill check am generator gehabt das ist in ordnung ist nicht aber wir haben ja noch ein paar tage zeit für diesen kleinen spalt dieses kleine rift line haben wir noch ein bisschen zeit so ihr lieben jetzt habe ich schon noch fort gedrückt ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen tag und freue mich auf die nächste runde von dead by daylight survivor sein